Hallo, ich bin Dennis. Ich bin noch mal da. Wir sind hier auf einer Bank bei Geisel-Schlupf-Felsen. So, jetzt lachen wir wieder weiter. Und da ist auch eine schöne Wandertour. Wir können hier mal vorbeikommen. So, ich habe nämlich auch Wanderstock dabei. Da machen wir eine schöne Wald, wo es da unten geht. Und da lachen wir jetzt wieder da runter, zur Wandertour zu Geisel-Schlupfelsen. Gehen wir mal gucken, wie es weiter geht. So, jetzt schalten wir nur in den schönen Waldweg. Guck mal da. Da könnt ihr immer vorbeilaufen. Oh, schade, da muss ich aufpassen. Ich muss da raus rumlaufen. Aber ich schlafe heute nur kurz weg. So zwischen halb zehn, zehn Uhr, lachen wir wieder zurück. Weil der Bus kommt um zwölf und neun. Aber ich schlafe nur noch ein Stück schräg. Aber das kann ich leider nicht schaffen. Weil ich muss gleich wieder zurückfahren. Aber ja, und dann lachen wir weiter. So. So. Okay. So. 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 Da vorne geht es zum Wohngebiet. Aber da kann man wo laufen, da geht es wahrscheinlich wieder so laufen, aber wir laufen jetzt nur da durch den Weg. Runter und dann lag mal wieder zurück. Gut, wie hier ein schön aus ist. So, wir laufen jetzt da vorne am Stein. Jetzt sage ich mal, der schöner Grotstein. Gut, Stein. Gut. 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 Vielen Dank. Anstrengend. So, und dann lachen wir jetzt schön wieder da und wieder. So, und dann lachen wir jetzt. Oh, jetzt sind wir da vorne vor dem Stein. Dann zeichnen wir gleich mal das Steinchen. Guck mal, wie es in den Wald auszieht. Guck mal da. So runter geht's. Da muss ich aufpassen. Aber wenn wir schön den Wald weglaufen, dann zeichnen wir so schöne große Steine. So, wie das aussieht. Da ist das große schöne Steine. Schöne Steine, die können wir mal besichtigen. Da haben wir noch schönen kleinen Steinchen, wo es steht. So hier. Da ist es drin, da geht's zum Föhlen. Ja. Ja, da drohe schöne Steine. Ja. Und wenn man umdreht, ist es besser wird. Ja. 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 Das ist das. Ja. Ja. Da kann ich mir vorbei kommen. der schöne große stein, aber wenn ich wieder hochkomme, oh, da lagen wir noch schön groß und weg und da lagen wir dann zurück. Aber ihr könnt unten am Wanderplatz parken, da wo die schöne große Bank steht. Da könnt ihr nur parken und da könnt ihr dann ein Stück hochlaufen und da kommt der Waldweg. Und da geht es in die Geisel-Schlupfelsen. Da vorne ist auch ein Badweg, da kann man hochlaufen und da kommen im Waldweg auch rundum leimen. Da muss man durch. Da lagen wir noch ein Stück, paar Meter und dann lagen wir zurück. Um, da vorne ist und da ein Stück hochkommeln. Vielen Dank. Da steht auch noch zwei kleine Steine. So. 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 Ich wünsche euch einen schönen Mittwochtag. So. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mal vorbeikommen und nach Leimen Urlaub machen. Und ich mache nächstes Mal wieder wieder aufs Dreh. Und da sehen wir uns bald wieder. Und jetzt zeige ich mir noch einen schönen Ort in Leimen. So. Und tschüss. Bis bald.